Wir sind auf der Gamescom, es ist 17 Uhr am Freitag, also quasi die Messe ist halb zu Ende. Jetzt wollen wir mal wissen, wie die Besucher denn so bis jetzt Spaß hier hatten vor Ort. Hallo, Tag ist zu Ende. Was hat dir besonders gut gefallen hier auf der Messe vor Ort? Also wir waren in der Halle bei VK3 haben wir gesehen und Black Ops 2 waren wir dabei. Hallo, Tag ist zu Ende. Hat dir irgendwas besonders gut gefallen auf der Messe hier vor Ort? Ja. Was denn? Alles, die Spiele. Hast du irgendwas angespielt auch? Ja, aber es waren viele Warteschleifen. Alles angespielt auch? Na, wir hatten ja auch nicht die Zeit dazu, Wartezeiten von vier bis zu vier Stunden. Asis, bitte. Irgendwas persönliches, Highlights, was du mitgeben möchtest? Also wir sind morgen noch mal hier und da wären wir noch mal richtig. Sehr schön. Gut, dann viel Spaß noch im Rest der Messe. Hallo, ihr wart gerade auf der Messe. Habt ihr ein persönliches Highlight des heutigen Tages? Ja, schlag den Rad. Und was konntest du anspielen? Ja, Plan Turismo 5 und sowas. Also da, wo etwas kürzere Warteschrangen waren. Bist du morgen auch wieder hier? Nein. Nur heute? Na gut, dankeschön. Irgendwie... Irgendwann ist es ja komisch heute. Schlag den Rad ab. Irgendwas gespielt auch? Ja, ja. Schlag den Rad. Ziemlich geil, ja? Ja, dankeschön. Schönen Abend noch. Ja. Es ist schon Gamescom, oder? Hallo! Messe Tag ist zu Ende. Magst du uns denn erzählen... Ich hab gerade Deutsch gesprochen? Ich hab gerade Deutsch gesprochen. Du bist französisch. Du sprichst Englisch? Ja. Ein bisschen? Okay. Bist du hier die ganze Woche hier an Gamescom? Äh... Kannst du das mal wiederholen? Wir finden sicher noch Leute, die richtig viel Spaß hatten hier vor Ort. Bei richtigen Spielen. Ich glaub dran. Hallo. Guten Tag. Sie ist gekommen ausgewichen, du nicht. Das macht aber gar nichts. Messe Tag ist zu Ende. Wichtig. Hast du denn ein persönliches Highlight? Ja, die Wii U. Die Wii U? Auch was angespielt? Ja, kurz. Und zwar? Legends heißt, glaub ich. Und hat gefallen? Geht so. Also das Konzept der Wii U fand ich super. Rayman war jetzt nicht so mein Fall. Bist du morgen auch wieder hier? Nein. Du bist hier die ganze Woche hier an Gamescom? Ja, nur heute? Was war dein Lieblingsspieler der Show so far? Ähm... Eigentlich ist es... Black Ops. Ja... Es war ein bisschen lang für die Rating. Aber... Das war lustig. Du hattest die Chance, es zu spielen. Du hattest die Chance, es zu spielen? Ja... Du hattest die Chance, es zu spielen? Ja, komplett. Das ist echt schon zu lang heute, glaub ich. Der ganze Tag ist irgendwie dahin. Also eine Absperrlinie, ich glaub das ist nicht gut. Nur ein Tag. Nur ein Tag. Ich komm nicht wirklich aus der Region, deswegen fahren wir jetzt wieder zurück. Alles gern. Na gut, daheim Reise. Dankeschön. Hallo ihr zwei! Wart ihr gestern auch schon hier? Nein. Kommt ihr morgen wieder? Nein. Also nur heute. Ein persönliches Highlight von euch beiden? Ähm... Das Treffen mit... Colt Mirror. Das Treffen mit... Colt Mirror. Seriously? Okay. Danke. Hattest du deine Hand auf es? Hattest du die Chance, es zu spielen? Okay. Was war dein Lieblingsspiel? League of Legends. League of Legends. Ich verstehe das nicht. League of Legends. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Okay. I'm sorry. Enjoy your stay guys. Hallo die Runde. Und der Kameramein stößt mich. Hätt ihr gerade einen Weg raus? Hm? Hätt ihr gerade einen Weg raus aus der Messe? Nein. Noch nicht? Halit 10 noch vor euch? Schon wieder. Schon wieder? Was gibt's denn noch Schönes? Cosplay Village. Da waren wir noch gar nicht. Da haben wir noch hinschauen glaube ich noch. 10, 2. 10 mit Öhrchen. Stündchen. Wir haben ja vorbei schon. Ein persönliches Highlight bis jetzt von der Messe. Von den Games. Zumindest mal. Für mich League of Legends. Riot Games. Weil ich halt relativ viel spiele. Bei dir? Herr der Ringe. Der Ecke. Bei dir? Tales of Graces. Assassin's Creed 3. Und Ni No Kuni. Eine bunte Runde. Morgen auch wieder da? Nein. Nur heute? Sonntag bin ich auch. Sonntag auch wieder. Okay. Also ich war gestern da. Bin heute da und werde auch Sonntag wieder da sein. Alles klar. Keine Karten mehr. Okay. Na gut. Dann viel Spaß noch und vielleicht schauen wir noch zu euch vorbei nach hinten dann. Tschüss. Gut. Halle 10. Halle 10. Haben wir noch gar nicht gesehen. Ja, werden wir noch vorbeischauen. Didn't we click. Ist dann bei euch deposit löst? Sorry. Matsui Matter. On zuf. Si dasまた視� siamo. Der per fav.